Hallo ihr Lieben, hier ist Peter Heinrich von EasyDAV.de. Heute eine kleine Lektion zum Thema Präpositionen. Dazu schauen wir mal auf unsere Tafel. Es geht also hier um Präpositionen und das hier sind Dativpräpositionen, die wichtigsten Präpositionen mit dem Dativ. Bei Präpositionen müsst ihr Folgendes beachten. Sie stehen immer vor einem Nomen, das heißt nach diesen Wörtern steht ein Nomen. Und das Nomen steht immer im Dativ. Ein Nomen steht ja immer in einem Kasus und nach diesen Wörtern steht es immer im Dativ. Ich gebe euch den kleinen Tipp, verwendet für jeden Kasus beim Lernen eine feste Farbe. Bei mir ist der Dativ immer rot. Und in dieser Lektion jetzt geht es speziell um die Präposition aus und dazu machen wir ganz schnell ein paar kleine Übungen. Ich habe hier so ein paar Karteikarten vorbereitet. Die findet ihr auch in großer Menge in unserem EasyDAV Campus. Hier müsst ihr jetzt immer eintragen die Präposition aus. Und jetzt müssen wir hier unseren Nomen in den Dativ setzen. Als kleine Hilfe habe ich immer den Artikel im Nominativ in Klammern geschrieben. Und da schauen wir mal in unsere Deklinationstabelle. Also das Ausland ist Neutrum. Hier ist unsere mnemonische Deklinationstabelle. Hier haben wir das symbolisiert durch das neutrale Wasser. Das hier im Dativ, das ist die Dativzeile, heißt dem. Und genau das tragen wir jetzt hier ein. Und ich lese euch den ganzen Satz vor. Der Student ist nach einem Jahr aus dem Ausland zurückgekommen. Und wir machen gleich weiter mit der nächsten Karte. Hassan importiert Obst. Immer die Präposition aussitzt. Aus. Und jetzt haben wir hier der Libanon. Und wir schauen in unsere Deklinationstabelle. Die maskuline Spalte. Der ist im Dativ auch dem. Und genau das tragen wir auch ein. Aus dem Libanon. Ich lese den ganzen Satz vor. Hassan importiert Obst aus dem Libanon. Und hier ist die nächste Karte. Die Kunststudenten bringen Bilder aus. Und jetzt haben wir hier ein Pluralnomen. Die Niederlanden. Und jetzt schauen wir mal hier in unsere Tabelle. Im Plural hier. Die lautet den jetzt im Dativ. Also tragen wir hier ein. aus den. Die Kunststudenten bringen Bilder aus den Niederlanden mit. Und ein letztes Beispiel noch. Pavels Eltern stammen aus. Und jetzt haben wir hier die Slowakei. Das ist ein feminines Substantiv. Wir gehen wieder in unsere Deklinationstabelle. Hier ist die Spalte für das Femininum. Im Dativ heißt es der. Also aus der Slowakei. Ja und wenn ihr lernen wollt, wie man das besser lernen kann. Wie man die ganzen Präpositionen besser lernen kann. Und wie man die Artikel besser lernen kann. Und wie man mit dieser mnemonischen Deklinationstabelle besser umgehen kann. Dann tragt euch ein hier in das kostenlose Seminar in unserem Campus. Das ist ein vierteiliges Video-Seminar. Und es ist wirklich kostenlos. Geht einfach auf die Adresse, die hier eingeblendet wird. Und bis dann. Wir sehen uns. Wir sehen uns.